Mit großartigen Paillettenstickereien auf dem Rock, sehr viel Spitze, wie Sie sehen, sehr viel Blinken, Goldborte, eine großartige Fransenschnurla und die ganz hochaktuelle weiße Perücke mit einem Schirm aus Attenbergspitze und etwas Baumwollstickerei und ganz hochaktuellen, wie nennt man das, Anhängselnbommeln. Und ich bitte zu erachten, diese Hegel-Handschuhe, das brotantig. So, der Kurs muss sich runterkommen, muss sich jetzt auch unbedingt gezeigt werden, lauter Reifen bis ganz unten und alles schön rund und die Türen darüber, wie sich das gehört. So, ich habe euch jetzt natürlich nur verrascht. Wir danken, der Poligisteria, für eure Tapferkeit, es in der Sonne in Plastik ausgereiht zu haben. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie es richtig geht. Und damit man das nicht immer nur von außen hat, dass ihr sowieso schon hier rumlaufen sehen, jetzt wollen wir auch mal einen Blick da drunter werfen, den man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.